Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf unter Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 55 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1200 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017